Das Leben der Biene Nein, das ist eine Hummel. Das ist eine Wespe. Das ist eine Biene. In einem Astloch befindet sich der Bienenstock der Biene. In die Wabe legt die Biene ein Ei. Nach drei Tagen schlüpft eine Larve aus dem Ei. Die Larve verpuppt sich und aus der Puppe kommt eine neue Biene. Die Biene fliegt zu einer Blüte. Dort trinkt sie den Nektar der Blüte. Fliegt zurück zu dem Baum, wo der Bienenstock ist. Aus dem Nektar macht die Biene Honig. Untertitelung des ZDF für funk, 2017